Zack, ich hoffe wir sehen, wenn ich jetzt, ich werde jetzt einen Champion auswählen und diesen, meine Freunde, werden wir in der Mitte spielen, egal was es ist, außer es ist sowas wie Midlane Ari, dann rolle ich nochmal, ja, let's go, und mal sehen was wir haben, Rekshai Midlane, ja dann geht's los, wurde gebufft, da sehe ich mich, okay, schön, so, meine Freunde, Rekshai Midlane, wir haben uns geeinigt auf 750 HD, die ich bauen möchte, wir spielen gegen Zoe, da freue ich mich, Frage ist, was bauen wir für ein ganz klares Ding, Longsword, wir werden richtig Assassin-like spielen, sie wurde ja super krass gebufft, hat super viele AD-Stats bekommen, enjoy your lost lane Zoe, naja, das ist immer, ja, ich dachte, er schreibt jetzt Rekshai, oder, ähm, eigentlich dachte ich, er schreibt jetzt enjoy your lost midlane, weil gerade so, ne, dass er meint, dass wir keine Midlane mehr haben, aber okay, ähm, das Ding ist, sie ähnelt ganz, ganz grob einer Ameise, ganz, ganz grob, sehr grob, Priester ist halt nicht so toll, aber in der Arena, oder nicht, Arena Disziplin gegen Ilma, oder, also ich weiß, damals bei den alten WoW-Servern, ich war immer der WoW-Gott, äh, nicht Gott, sondern der Arena-Gott, also ich war sogar mal server-technisch super unter den Top Ten, oder so, ne, ähm, ich weiß, das ist aber saulange, ja, zu 70er-Zeiten war es, glaube ich, wobei, zu 80er-Zeiten mit Sühne habe ich auch noch gespielt, ne, ne, Quatsch, zu 80er-Zeiten war das, mit Sühne, das war super krass, ähm, vor allem, weil du auch so viel Schaden machen konntest, ne, du hast die ganze Zeit, dein, was, was, was passiert hier, dein heiliges Licht da reingesmasht, so, äh, Rex, amitlan, let's go, let it go, zack, naja, farmmäßig müssen wir mal gucken, wie das klappt, das klappt schon mal nicht, das klappt auch nicht, also nicht im Sinne von, wie ich damage mache, so, ob ich überhaupt an die Minions regelmäßig rankomme, wenn ich jetzt zum Beispiel rangehe, werde ich ge-cued, ja, oder wir cueen sie, na, war, wir können uns heilen, aber wenn wir gleich Level 2 sind, na, wir müssen ein bisschen dann erstmal, ein bisschen aufpassen und scalen, sonst sterbe ich gleich schon, ich will mein Weigern nicht enttäuschen, will ich nicht, wen haben die im Jungle, Tründermär, geht noch, so, Tunnel ist da, wir bauen schon mal hier einen Tunnel hin, Leute, ach, Tunnel geht mit E, kacke, mit E, kacke, danke dir, äh, muss ich, ich hab nicht gesehen, von wem, wie viel und was da drin stand, muss ich gleich gucken, vielen Dank dir, ich war etwas, ähm, und feier gerade, danke dir, vielen, vielen Dank, wir wollen mein Tier, erstes Blut, diesmal will er seinen Ruf hier wieder reinwaschen, schön, Doppeltötung, Minder Sorake im Team, na, wobei, die Gegner haben eine Lux, Lux, Support ist halt einfach immer, na, was, was soll ich dazu sagen, so, wir müssen sie jetzt gleich mal pushen lassen, wenn wir sie betteln wollen, Leute, wird aber erst die Kanone noch haben, zack, so, jetzt machen wir hier schon mal einen Tunnel hin, falls wir gegankt werden, können wir escapen, perfekte Mechanik, na, erstmal die Sicherungsflanke sichern, wie war das noch mit der E, die E macht bei 106 True Damage und vorher macht die gar nix, ne, einfach, also, nicht zusätzlich, also, kein Unterschied, ob ich, jetzt ist mein Moment, aber ich hab keinen Tunnel, Alter, das viel Cooldown, ja, moin, was ist denn hier los, sag mal, ja, moin, enjoy your lost lane, gut, gut, war ein bisschen dumm von ihr, aber ich, ich lebe aus Dummheit, Dummheit ist der Grund, warum mein Champion Pool Bible ist, der Jun, ähm, oh, ich wäre fast gekommen, schade, so, wir kaufen uns mal, eigentlich könnten wir auch Tiamat kaufen, sollen wir Tiamat kaufen, ich glaube, wir kaufen mal ein Tiamat für ein bisschen Wave Clear, na, jetzt müssen wir loskrabbeln, wie viel Tunnel können wir haben, acht oder so, ne, das heißt, acht Tunnel, ja, also, wir können noch locker hier so einen platzieren, hat sich irgendwas benutzt? Ignite? Weiß ich gar nicht, Flav, glaube ich auch nicht, da, das war, das war, la, 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 bitte gib mir das, Tiamat von der untere Erde, ah, das ist ja geil, das ist ja die neue Mechanic, Mechanic der Woche, der unterirdische Tiamat Tunnelfresser Move, aua, und Tiamat, Neue Mechanic am Samstag, geile Meile, das hat irgendetwas im Flash benutzt, okay, cool, schön, 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 ähm, das ist schlecht, ne, hat mich, doch, hat doch mich getroffen, auu, auu, hier, rein theoretisch könnte ich battlen, aber ich habe so wenig HP, Beißen, wir müssen eben Wut aufbauen, und dann heilen, und jetzt heilen, und, Wut aufbauen, schwer, 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 Tunnelbeiß-Attacke, ha, das war ich, da sehe ich mich, so ist weg, sie wird da genau das, das ist aber gut, sobald sie ihre Bubble benutzt, hat sie ihre Bubble nicht ready, guter Tag, einmal bitte dein Leben, ja, komm, ich take das, bin ich schneller, ich bin ein Grabwirbel-Maus, also 2 Sekunden, Alter, 2 Sekunden, wie lange soll ich denn chasen? Nein, jetzt bin ich tot, ich muss hier durch, ich muss hier durch, das kann ich überleben. Yo, hier ist ein schöner, schöner, schöner Champion! Kanone, Kanone. Okay, gehen wir im Choppen. So, wir brauchen erstmal Schuhe, damit wir der Löwfrau hinterher kommen, das ist nicht so schön gerade aktuell. Klick mich nochmal an, Baby. Klick mich nochmal an, Baby. Sollen wir jetzt noch einen Longsort? Ne, wir müssen los. Bruder muss los. Äh, danke an, boah, ich muss jetzt gucken, erstmal danke an Paddy Lou. Hallo, weiß nicht, was ich schreiben soll, ja, vielen Dank, welcome. Welcome, welcome, welcome. Wir gucken jetzt ganz schnell, was Le Donation war. Le Donation, Le Donation. Le Donation, Le Donation. Du, 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 du. Lieber Herr Solo oder Le Blanc, soll ich fragen, mit Oda, Oda, Conqueror auf Quids, ähm, 3 Euro, vielen Dank. Ähm, boah, ist beide schwierig. Kommt natürlich darauf an, ob du Triad hochkommen willst, oder ob du einfach Bock hast zu spielen. Ich glaube, für Bock würde ich dir Le Blanc empfehlen. Le Blanc ist auf jeden Fall, lernt zu schneller. Ist nicht so hart zu spielen. Dann machst du WQ und der Gegner ist tot. So, wir gehen ins Botlin ganken. Bin ich schneller, wenn ich grabe? Cool. Gib mir die Elo, ich bau dir Jumus aus Sand. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich muss nur den Q treffen. Gib mir, ah. Ich muss noch mehr, ähm, ja, machen wir es so. Also, ich bin mir noch nicht sicher. Aber ich glaube, wenn das nicht voll ist, dann macht das auch nicht mehr Damage. Na, ich hatte 75%. Ah, äh, der ist, oh, der ist hochgegraben. Warum? Habe ich auch das weg gemacht? So, wir gehen mal schnell direkt später kaufen. Entferne, 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 ich komme, ich komme, ich komme. Ja? Zum nächsten Mal, ich bin Schreckenslord. Kein Schrecktransport. Boobs, ahoy, it's Walker, thank you, welcome, 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 dankeschön, grazie, grande, welkini, missimo, dankeschön. Danke, danke, danke. Grazie. So, wir müssen jetzt was machen, Zoe töten. Ihr müsst jetzt aber im Chat schreiben, ob es okay ist, dass ich Zoe töte. Sonst töte ich sie nicht. Ihr dürft jetzt auch so, wen von diesen drei Personen nicht töten soll. Aber wir müssen Zoe. Ich hasse Zoe. Aber ohne Ult ist gefährlich, Leute. Aber vielleicht benutzt ihr ihre Bubble. Die benutzt sie nämlich die ganze Zeit ein bisschen dumm. Möglichkeiten bestehen. Möglichkeiten. Wieso hat der Tunnel so lange Cooldown? Und wo ist die Frau? Wieso hat der Tunnel so lange Cooldown? Ich baue dir ein Schloss aus Yolonese. Mayonnaise. War nicht so. Ha, ha, ha. Uh, heiß, 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 heiß. War nicht ganz wie geplant, weil irgendwie, ich glaube, ich hatte wieder nicht volle Stacks oder so. Kann es sein. Ich habe meinen Autotech auch nicht durchgekriegt. Irgendwie war das weird. War richtig weirdo. Wir hatten aber auch kein Ult. Mit Ult wäre die Free gewesen, Leute. Ich denke, wir warten noch und kaufen uns CDR Boots. Sollen wir CDR Boots kaufen? Ich glaube schon. Eigentlich ist sie eine Ameise sehr ähnlich. Sie ist ja auch eine Königin. Sie ist, äh, Queen Rexai. Na, sie ist, äh, also, nicht eher so direkt ähnlich, wie man es denken kann, aber sie hat einen Schwarm. Sie ist die Königin. Sie hat ein, äh, wie nennt man das Ding auf dem Rücken? Einen Spoiler? Ne, wie nennt man das hier beim Hai? Die haben das auch. Eine Flosse? Sie hat Beine, viele. Naja. Er hat sich in Grenzen. So, ich bin wieder da. Wir haben jetzt Ult und ich habe Bock. Okay. Ja, wir, das Ding ist, ich benutze ständig. Wir machen jetzt Mechanic Outplay am Johannistag. Problem ist, ich komme da nicht hinterher. Ich könnte Ulten, aber ich bin einfach der Grabwürbler. Ich bin schneller als sie. Grabwürbler. Brr. Das ist mein Kill. Wehe, du nimmst sie mir. Danke. Damage ist da, Leute. Damage ist there. Grabwürbler, Grabwürbler, Grabwürbler. Ich könnte ihn ulten, aber der hat halt seine komische Kackform da. Sein komisches Ponyhof, das der reidet. Ich hatte aber schon Bock. In a Barbie world. Like in Plastic. Ähm, Problem, Problem, Problem. Banana, 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 banana. Melona. Ich lebe, ich lebe, ich lebe. Wie. Come on, Barbie. Let's go party. Like in Plastic. Ich teleportiere zurück. Nein, wer bist du denn? Blacklisted. Blacklisted. Das hat mich auch übel gewundert, weil... Er ist hier gelaufen und auf einmal war hier so ein Ding. Und ich dachte so, hey, der läuft doch jetzt nicht nach unten. Was macht der denn da? Dann war es aber so, wie die da gerade kam. So. Krabbel, krabbel, krabbel. Krabbel, 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 krabbel. Ich muss langsam ein bisschen aufpassen, weil jetzt, wenn ich meine Tunnel hier benutze, aber die macht die eh gleich kaputt. Wenn ihr das nicht macht, wäre die dun. Wir brauchen mehr Kuhlen auf der Ult. Also weniger. Die hat zu viel. Die ist immer auf Cooldown. Immer. Immer, 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 immer. Und auch der Tunnelgraber hat zu viel Cooldown einfach. Dann magst du mir eh eh eh, ne? Das hier passiert ja nichts. Das war... Man, ich habe nichts gesehen. Das zählt nicht, wenn ich nichts sehe. Bitte nicht, bitte nicht, bitte. Na ja, erstmal schnell wieder Wut aufbauen, so ein bisschen. Na, 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 ein bisschen heilen. Nein, man baut ja super schnell Wut auf, aber es gibt halt auch echt wenig AP. Nicht schon wieder! Ja, okay. Ja. 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 Ja, okay. Ich gehe jetzt nach unten und hole mir einen Kill. Wollen wir uns, wir wollen uns eben den hier. Na, den kriegen wir relativ free. Der ist so free. So. Schaffen wir den Solo, Leute? Wir haben Ult, wir haben Bock, wir haben Ready. Wir haben Readiness ist da. In the Bobby World. Like I'm plastic. It's fantastic. You can rush. Okay. Spucke! Pass auf, Leute. Mechanic. Am 21.07. Also, ich bin unglücklicherweise halt direkt in ihre Ult rein geäht. Mit dem Tunnel. War etwas unglücklich. Also, das Ding ist, ich habe gerade hier drauf gedrückt und dann schießt sie ihre Ult durch. Das ist halt maximales Pech. Also, maximales Pech. Also, das war halt echt. Also, puh, war das, das war halt wirklich unglücklich, kann man sagen. Also, ich meine, warum schießt sie ihre Ult? Das war ja nicht mal so, als wollte sie mich fighten. Einer geht noch rein. Positiv ist, aber wir haben wieder unsere Ultimate. Können also direkt wieder Gas geben. Zoe. Zoe, 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 Zoe. Da ist sie schon wieder. Lehm ist Stück. Da ist aber auch Klett. Die Frage ist, was machen wir. Ich wäre bereit. Ich bin ein Hai. Hai-Sprung-Attacke. Waa, bla, bla, bla. Wuuu. Haha. Gut, 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 gut. Nö, 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 nö. Ah, da geht noch rein. Wir brauchen Jormos, Leute. Jormos oder Drac, äh, Dractau oder Jormos, Leute. Ich glaube, ich sehe mich eher auf Jormos. Assassin Rex, ja, genau das. Genau das. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich sehe halt, glättet nichts. Jormos ist da. Weiter geflogen ist, ja. 3000 Kilometer pro Minute. So. Ähm, warte. Ah, ich meine, mir fehlt eh noch ein bisschen Geld. Das passt. So, was macht die eh? Beißt ein Ziel und verursacht Damage. Bei Maximalen wird der 100% mehr schaden und außer... Ach so, untrue Damage. Cool. Cool. So. Kann ich eigentlich auch schneller graben? Okay, das ist die falsche Richtung. Ich glaube, ich bewege mich auch schneller durch die Tunnel dann, ne? Oder ist das immer gleich schnell? Ich brauche Jormos, um uns an die Rand zu kommen, Leute. Das ist wichtig. Wobei, werde ich durch die Ult wieder anziehen? Könnte sein, ne? Wir brauchen eh beides, von daher. Mechanik. Wah. Zwei gehen auch noch. Zwei gehen auch noch. Das ist meiner! Mann. Das ist aber meiner, ne? Ich muss ja eigentlich nur mit Tue treffen, dann könnte ich ulten, aber das ist halt schon ein bisschen deep. Ja. Nö. Okay. Dann nicht. Weiger Outplay. Weiger Out... Ich muss, das ist wie Lee Sin. Hallo. Hallo, 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 hallo. Ja, das ist okay, da lebe ich mit. Da kann ich mit leben. Die Frage ist, ja, doch, wir gehen raus. Spucke. Outplay. Nee. Oh, hier ist noch was. Hier ist noch was on fire. Ich bin da, bro, bro. Hat er noch ult? Der hat keiner. Ult. Ich glaube, der hatte, glaube ich, keinen Ult, aber vielleicht hat er sich auch vergessen zu benutzen. Ja. Guten Tag. Einmal bitte... Ah! Das war die Todesmechanik. Ich habe Tiamat unter der Erde benutzt, deswegen hat das so lange gedauert, bis ich da hochkam. Ähm. Tiamat unter der Erde Ausgrabungs-Burst-Kombo. Full One-Shot, Full-Late-Game-Kombo. Wir müssen auf den richtigen Moment warten. Ich bin ein Hai, Leute. Und Haie warten und ich habe keine Ult. Ohne Ult? Ein Hai wartet geduldig. Vielleicht sollten wir uns erst ausgraben. Hai-Attacke! Ich sehe nichts. Also ich sehe halt legit einfach nichts. Ich sehe nichts. Vielleicht hätte ich da ein Ward platzieren sollen vorher. Das wäre klug gewesen. Idee war gut. Ausführen war auch gut. Vision war nicht da. Ja, Ausführen war, er hätte besser sein können. Aber ist okay. Ist okay. Ist okay. So, wir haben bald der Lack-Dar-Blade fertig. Ich mache eh keine Autohäts. Wenig zählt ihr als Autotech? Ich glaube nicht. Ist das ein neues Champion? Ja. Döner mit Lamm oder Händchen? Ist das nicht das? Ach so, nee. Also ich mache, also na, ähm. Also weiß ich nicht. Ich, ähm. Also ich denke mal, alle essen doch immer so ganz normal. Aber ich nehme ganz gerne Händchen. Wobei das Problem ist bei dem Händchenfleisch ist, dass so wenige das Händchenfleisch essen, dass es meistens schon seit drei Tagen da rumdreht. Und macht und tut. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Das ist ein bisschen leiser. Musik ist zu laut, oder was? Oder was? Oder was? Oder was? Oder was? Ich wusste es. Bitte nicht. Ich bin ein Grabmensch. Ich grabe. So, wir müssen uns jetzt erstmal wieder hochrecken. Ich kann mich nicht regeln. Hier ist nichts. Leute, help. Grab, 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 grab. Schaufel, schaufel, schaufel. Ich bin der Schaufelmeister. 1000. Zack. Das war jetzt aber nicht so viel True Damage, oder? Ich sterbe hier. Was ist denn hier los? Was passiert hier? Alter, bro, ich dachte, ich wäre irgendwie krass oder so, aber ich bin voll die Marde anscheinend. Alter, ich bin Level 11. Was passiert hier? Weil ich habe die eh auch zu früh benutzt, muss ich fairerweise sagen. Aber. Ja, gut. Stars Rounding, danke dir. Vielen, vielen Dank. Welcome, 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 welcome. Welcome, welcome, welcome. Du bist so scheiße. Ich könnte jetzt sowas wie sagen. Ne, bin ich nicht, aber ich sage einfach ja. Aber wir machen das, Leute. Wir müssen ihm auch eine gewisse Chance geben, sich zu artikulieren. Na, und jetzt gehen wir und feiern. Na, wenn der Artic Carry das höhere Level hat, als der Midlander, dann ist alles richtig. Dann ist alles richtig. Aber ich habe echt viel Zeit verschwendet gerade. Wir farmen uns kurz hoch, Leute. Wir lassen die da machen. Wir nehmen jetzt die Top Wave. Wir brauchen kurz XP. Was für einen Tee trinkst du gerade gar keinen? Tee ist, also ich weiß nicht, ist es einfach zu warm für Tee, habe ich das Gefühl. Ne, ich schwitze sowieso schon immer komplett. Wir pushen jetzt einfach Top Laner durch, holen uns den Tower, machen Geld. Ne, muss auch mal ein bisschen scalen, Leute. Nehmen wir dir das Kämpfen. Das ist nix. Das ist, ich denke, die ganze Zeit weigert als Support, aber der ist ja Top Laner. Der ist ja einfach Top Laner. So, jetzt snacken wir uns lecker den Turm. Lecker, lecker. Warum hast du noch Blue? Weil ich gegen Monster gestorben bin. Gegen Monster, dann verlierst du deine Buffs nicht. Haben die irgendwann mal reingemacht, ist so ein Noob-Filter. Oder eigentlich kein Filter, sondern eine Noob-Hilfe. Na, du verlierst, wenn du gegen Monster stirbst, nicht deine Buffs. Ich meine es ja auch, wenn du gegen Monster stirbst, dann bist du anscheinend ein Kack-Noob. Und dann ist das halt die... Ja, dann ist das halt so... Dann sagt man hier, weil du so ein Kack-Noob bist, kannst du deine Buffs behalten. Alter, wenn der mich jetzt zurückzieht, ne? Das wäre RIP gewesen. Mit Lux habe ich auf jeden Fall noch... I have opened a bill. Eine Rechnung eröffnen. Mit Bill. Ich lasse mal so Raka vorgehen. Thomas, mach das, Thomas. Auf ihr hatte ich auch... Ja, das ist okay. Ist nicht noch so hier. Ah, Zalando hat mich getroffen. Hilfe! Help! Help! Ich habe noch... Ich muss irgendwie... Krab, 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 krab. Was kaufen wir jetzt, Leute? Ich glaube, wir brauchen Death's Dance. Die Witzel, die haben wir. 40er. Hatten wir jetzt schon Feuer, 40er? Nee. 30er. Dann haben wir jetzt 40er. Vielleicht wäre... Ja, gut, aber Death's Dance brauchen wir, Leute. Na? Scheiße! Mann, also das Ding ist da... Klett ist richtig RIP. Klett ist einfach richtig RIP. Und Lux ist ein Meshick und Zoe. Zoe ist richtig. Ich glaube, weil ich brauche QSS, Alter. Ich brauche unbedingt QSS, weil dann kann ich auch endlich mal Lux fighten, ohne dass die mich jedes Mal bindet und lasert. Das ist das Ziel. Das muss es sein. Da, 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 da. Riven ist Hydra. Ach, weiß ich nicht. Ach, weiß ich nicht. Hydra ausbauen ist echt übel bad, irgendwie. Also, ich glaube, einzige Champion, wie ich das machen würde, wäre auf Fiora. ich glaube das war es ja und hört mich gut näher ja 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 stimmt danke weg dann festgebeindet worden aber ich noch weiter den tunnel gegangen wäre ich gebeindet worden dass die frage die wir uns alle fragen 30 kunden auf und leute 40 naja geht dann noch ein punkt rein sieht ganz okay aus wir machen schon mal hier so ein eingang guttag nicht getroffen wir machen die spucker voll wenig dem voll ja das geht 160 aber er hat auch ein bisschen am ober am ober am ober am ober und hört bitte nicht von geht ja der mitsch ist gut wie haben wir gemacht hier haben wir 330 geht noch mehr aber das game ist leider over and rip in ober ich muss es an ich bin der krabbel krabbel gruppen was habe ich getunnelt ich wollte ich wollte die überirdische machen nicht die unterirdische wieso war ich unter der erde ich habe ihn doch hoch genug oder nicht weil es kein placement spell ist placement product placement spell so war trotzdem gut enjoy your lost lane so sieht es aus so sieht es aus schöne runde schön 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 gefällt mir das gefällt mir